Musik Hallo, herzlich willkommen am Feldbahnhof. Seid ihr schon das dritte Mal hier am Feldbahnhof. Was ist so besonders am Feldbahnhof, dass ihr immer wieder gerne zu uns kommt? Ich glaube, das liegt an Leuten, weil wir sind, wie schon gesagt, drittes Mal hier. Heute freuen wir uns noch besonders, weil wir 60 Jahre Ausnicht Musik feiern, gerade in diesem Jahr. Und ich glaube, die Leute möchten mit uns mitgehen auf die Reise jetzt durch diese 60 Jahre. Und wir bringen immer eine andere Geschichte mit, auf jeden Fall voller oberkleiner Musik mit. Titel von meinem Großvater Slauko und seinem Bruder Wilko. Und ich glaube, das Beste an hier dem Ganzen ist die Leute. Danke. Wir haben es sehr eilig, weil es geht gleich los. Was ist dein Lieblingsstück? Mein Lieblingsstück wäre vielleicht Der Wind bringt dir mein Lied. Weil diesen Lied hat mein Opa geschrieben, dass er immer mit Gedanken zu Hause war. Und die Großmutter Brigitte hat den Namen gegeben. Also so wirklich symbolisch, der Wind bringt dir mein Lied. Und die Großmutter Brigitte hat den Namen gegeben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, danke schön, gute Nacht!